Kaufe einen zufälligen Gegenstand bei einem kaputten Verkaufsautomaten. Das ist hier ein neuer Season-Auftrag und ich kann direkt mal sagen, die Aufgabe ist ein bisschen schwieriger, denn wir müssen nach einem kaputten Verkaufsautomaten suchen. Und an der Stelle blende ich mal ganz kurz eine Karte ein, darauf sind die ganzen normalen Verkaufsautomaten markiert. Und wir müssen jetzt einfach mal schauen, ob irgendwo ein kaputt herumsteht und das ist wirklich zufällig. Also es kann länger dauern, bis nur so einen findet. Die normalen sind einfach immer blau und funktionieren genau wie hier unten, der ist blau. Wir müssen aber nach einem suchen, der halt rot ist, mit so einem Ausrufezeichen drin. Hier der ist wie gesagt blau und funktioniert, deswegen schnappe ich mir einfach mal hier das Quad und fahre direkt weiter. Ich habe hier wie gesagt eine Karte eingeblendet, darauf sind hier alle markiert. Und ich bin jetzt mal hier gerade zur Tankstelle gefahren, die in der Nähe von diesem eingeschmolzenen Tilted ist. Und mal gucken, ob wir hier einen kaputten Automaten haben. Und auch der funktioniert leider. Wie wir sehen, der ist blau und funktioniert. Da geht das Ganze dann leider auch nicht. Ist halt wie gesagt komplett zufällig, ob ein Automat kaputt ist oder nicht. Meistens funktionieren sie halt, also ihr müsst einfach die ganzen Orte ablaufen, wo die Automaten sind. Und mit einem bisschen Glück funktioniert einer davon nicht. Und ich fahre jetzt gerade nach Rocky Wheels, da gibt es nämlich auch nochmal zwei Orte. Mal gucken, ob wir hier Glück haben und dann kaputter Automat da steht. Hier vorne sehen wir auch schon, ist eine Pistole, das heißt der funktioniert und hier ist auch gerade ein Gegner. Aber der hier vorne ist kaputt und ganz schnell hier hingehen, den einmal benutzen, zufälliger Gegenstand und somit ist die Aufgabe fertig. Das hat lang gebraucht. Also ich bin jetzt hier gerade bei Rocky und habe hier einen kaputten Automaten gefunden. Ist halt wie gesagt zufällig, dass der jetzt hier nicht funktioniert, ist halt einfach Zufall und es kann sein, dass der gleich wieder funktioniert. Das heißt, ihr müsst einfach eine Runde gehen und immer weiter suchen, so wie ich es gerade auch gemacht habe. Und übrigens hat man ja auch gerade gesehen, wenn man bei einem kaputten Automat ist, dann sieht man über dem Automat dieses Ausrufezeichen. Daran erkennt man das Ganze und die Automaten werden auch auf der Karte markiert, wenn ihr bei irgendeinem benannten Ort seid, hat man ja gerade auch gesehen. Also landet wie gesagt einfach mal über den ganzen Orten, wo diese Automaten sein können. Hier seht ihr nochmal die Karte und mit etwas Glück habt ihr dann dort einen kaputten. Ich habe auch ein bisschen länger gebraucht, um einen zu finden. Ist ja wie gesagt Zufall. Das ist ja wie gesagt Zufall.